Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Windows History Serie. Heute haben wir Windows 98 im Angebot, was wir auch hier gerade schon sehen, mit einem wunderschönen Startmenü, was allerdings nach ungefähr 10 Sekunden verschwindet und uns einfach hier mit einem schwarzen Bildschirm alleine lässt. Windows 98 kam raus am 25. Juni 1998, wer hätte es gedacht, von Microsoft natürlich für Rechner mit 32 Bit, ab dem Intel 80486 und Microsoft beendete den Support dafür dann ab dem 11. Juni 2006. Man konnte das Ganze also relativ lange benutzen. Kommen wir als erstes natürlich wieder zur Installation. Dafür werde ich den Rechner jetzt erstmal direkt bei Neu starten müssen, denn hier kommen wir so nicht mehr weiter. Wir müssen nämlich jetzt hier auf jeden Fall von der CD starten und zwar haben wir jetzt hier direkt die Möglichkeit, Windows 98 von der CD zu starten oder auch mit CD-ROM-Unterstützung oder ohne CD-ROM-Unterstützung. Ich mache das jetzt einfach mal mit der CD. Mal gucken, ob das geklappt. Jetzt scannt er hier gerade noch meinen PCI-Bus und da sind wir auch schon hier im Setup angekommen. Ich mache mal ganz kurz hier mal das Ding hier zu. Willkommen, das Installationsprogramm richtet Windows 98 auf dem Computer ein. Drücken Sie die Eingabe-Taste um Windows und CD mit F1 halten wir Hilfe und mit F3 können wir rausgehen. So, Sicherungskopie brauchen wir natürlich keine. Wir starten einfach mal direkt und zugeordneten Speicherplatz konfigurieren. Genau, das wollen wir. Das können wir hier aktivieren. Jetzt müssen wir neu starten. Dann können wir nämlich direkt, ich weiß gar nicht, ob wir schon von der Festplatte starten können. Ne, können wir nicht. Hier müssen wir nochmal von der CD starten. Das war jetzt gerade ein bisschen verkehrt. So, Setup von der CD starten, genau. Jetzt scannt er nochmal den PCI-Bus. Gut, kann er ruhig machen. Stört ja nicht. So, jetzt formuliert er das Laufwerk. So, Installation wird vorbereitet. Routine-Prüfung kann er auch gerne machen hier. Zack, geht er ganz schnell durch. Und da haben wir auch schon unser Setup. Ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen unscharf, glaube ich, auf meinem Bildschirm. Ich gucke gerade mal nach. Ja, sieht tatsächlich irgendwie ein bisschen unscharf aus. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Eigentlich müsste es passen. Aber ich kenne ja mittlerweile meine Aufnahmezeuge. So, Windows 98 Setup sieht im Grunde genauso aus wie vorher auch. Man sieht ja auch die ungefähr Restzeit. Und hier so, die müssen die Schritte, die passieren werden. Leistungsfähiger, zuverlässiger und unterhaltsamer. Naja, das werden wir ja noch sehen. Drücken wir auf Weiter. Gucken wir, was jetzt hier so schönes kommt. So, C-Windows, ja, da kann er jetzt gerne reinmachen. Kommt man ja früher auch noch auswählen. Mittlerweile kann man das ja nicht mehr. So, Speicherplatz. Ja, Setup-Modus machen wir auf Standard. Dann machen wir auch die Standard-Komponenten mit rein. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ist mir auch egal. Wir sind in Deutschland. Dann kann er jetzt hier mal die ersten Dateien kopieren. Während der Automatischen Institution werden einige Sachen uns erklärt. Wunderbar. Ja, einfacher, zuverlässiger und schneller. Ob das jetzt stimmt, haben wir natürlich nicht geprüft. Technische Neuheiten. Dann hat zahlreiche Erweiterungen, mehr Bedienkonfort und vieles mehr. Nebenbei hole ich mir direkt mal hier meinen Key mal raus. Den brauchen wir nämlich gleich. Zugang zum Internet, Surfen im Web. Genau, das geht ja natürlich auch. Das Web auf dem Computer. Weltweite Kommunikation. Man sieht, die Texte gehen schneller durch, als wir sie lesen können. Weil es natürlich damals nicht so gedacht war, dass das so schnell installiert. Man sieht ja unten hier den Status. 59% schon. Man sieht, das geht jetzt sowas von schnell. Optimierte Eingabe-Hilfen. Jetzt hier meine Maus spackt auch ein bisschen rum. Bessere Anpassung. Windows Update. Kennen wir ja auch. Vielen Dank, bitte registrieren Sie Ihre Kopie. Das Microsoft Windows 98 Team. So. Können wir direkt mal jetzt neu starten. Da kommt er auch schon. Der Screen sieht so ähnlich aus wie von Windows 95. So, wenn wir den Namen eingeben. Firma. Brauche ich auch noch Firma? Nö. So, den Vertrag müssen wir natürlich annehmen. Wenn ich ihn nicht annebe, mal gucken, was dann passiert. Ja. Dann geht es natürlich nicht. Dann können wir es natürlich direkt wieder zurückgeben. So, ich hole mir kurz noch meinen Key mal raus. So, da ist er. Hier war es auch nicht mehr so einfach, den Key dann entsprechend durch Tricks rauszufinden. Hier brauchte man wirklich einen richtigen Key. Ich werde ihn jetzt mal ganz kurz mal eingeben. Das ist RW. Okay, die 9 geht hier nicht. 9 MG. Dann QR. 4 G3. Dann 2 W. RR 9. TG 7 BH. TG 7 BH. Und 3 3. GXB. So, ich hoffe mal, ich habe mich jetzt hier nicht vertippt. Ne, sieht gut aus. Damals brauchte man natürlich auf jeden Fall den Key zur Installation, sonst konnte man das gar nicht installieren. Mittlerweile kann man das ja auch so schon installieren. Ungefähr Restdauer 16 Minuten. Da gucken wir mal. 15 Minuten. 14. Ja, die Zeit vergeht ganz schön schnell. Plug & Play Komponenten sucht er sich jetzt hier raus. Mal gucken, was er jetzt hier findet. Auf dem Rechner dürfte er eigentlich jetzt eigentlich gar nichts finden, denn das gab es ja alles damals hier noch gar nicht. Die Hardware hier. So, neu starten, wenn er hängen bleibt. Aber wir sehen, das Ganze geht ja schon ganz gut vorwärts. Ich mache trotzdem mal schneller. So, jetzt ist er fast fertig. Ich suche dann nochmal nach ein paar Komponenten. Jetzt können wir wieder neu starten. Routerfahren hat natürlich deutlich länger gedauert damals, denn sonst würde ich es hochfahren. Was jetzt hier ein paar Sekunden geht. Den Screen hat man damals natürlich auch nicht gesehen. Der kommt bei mir jetzt nur deswegen, weil er eben so schnell ist, dass er das Bild gar nicht so schnell wechseln kann. So, Zeitzone. 7. Januar 23 stimmt sogar tatsächlich. Und auch in Berlin bin ich auch. Perfekt. Das hat ja sogar geklappt. Systemsteuerung. Die Anwendungen der Systemsteuerung werden jetzt konfiguriert. Programm im Startmenü. Wie schnell der hier durchgeht. Systemeinstellung aktualisieren. Natürlich auch wichtig. So, jetzt ist er auch wieder fast fertig hiermit. Weniger als eine Minute jetzt starten wir wieder neu. Man sieht, man musste hier schon ein paar Mal neu starten damals bei der Installation. So, jetzt nehmen wir wieder dieses Fenster. Wie gesagt, hat man damals nicht gesehen. Ist es bei mir hier nur deswegen, weil er so schnell ist. Mein Rechner hier. Oder zu schnell ist besser gesagt. Jetzt hängen wir gerade mal ein neues Kabel wieder rum. So. Passwort haben wir keins. Sagen wir einfach okay. Jetzt sucht er natürlich noch nach Treibern. Der wird jetzt wahrscheinlich keine finden. Und jetzt wird es mir sehr wundern, wenn er welche findet. Wir kommen bei Windows 98. Mit der schönen Animation sogar noch. Hier kriegen wir noch so ein kleines Handbuch. Zum Beispiel die Registrierung. Gut, Internet-Support. Verbinden mit dem Internet und so weiter und so fort. Entdecken Sie Windows 98 und den Computer warten. Bei jedem Startanzeigen. Ja gut, das brauchen wir wahrscheinlich nicht unbedingt. Und dann haben wir unseren Rechner auch schon hier. Wie man sieht, ist alles so ein bisschen schwammig. So, ich habe das Bild jetzt mal ganz einfach ein bisschen besser eingestellt. Es sieht jetzt zwar jetzt nicht unbedingt perfekt aus. Aber zumindest besser, als es gerade eben noch war. So, gucken wir uns das Ganze jetzt erst mal an hier. Ich frage mal einfach mal, ob ich jetzt mal hier einen Treiber installiert kriege. Ja. Mal gucken, ob da was kommt. Ich vermute jetzt einfach mal nicht. Doch, da kommt was. Ich weiß nicht, ob das hier klappt. Natürlich jetzt ganz gut. Ja, kannst du auch rausschmeißen. Perfekt. Starten wir die Kiste mal neu. So, irgendwie haben die grafisch irgendwie ein bisschen was gemacht. Denn das sieht jetzt mittlerweile irgendwie ein bisschen anders aus, als vorher. Versuch's mal so, ob das so besser aussieht. Ne, sieht auch nicht besser aus. Okay. Das sieht auch komisch aus. Dann lassen wir es so. Ich weiß nicht, ob die irgendwie was verändert haben mit der Grafik oder so. So. Hier liegt hier gerade noch irgendwas. Keine Ahnung was. Aber egal. Verbindung mit dem Internetherstellen haben wir hier zum Beispiel direkt mal. MSN Internet Access. Gucken wir mal ganz kurz. Ich versuch's erst mal mit der automatischen Erkennung, ob das klappt. Ne, hat er natürlich nicht entdeckt. Gut, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, welches Modem ich habe. Wahrscheinlich gar keins. Ne, ne, jetzt können wir weglassen hier. Ob wir das so hinkriegen. Ne, geht auch nicht. Netzwerkumgebung, mal gucken, was hier kommt, auch nichts. Schauen wir mal ganz kurz mal hier in die Einstellungen rein, in die Systemsteuerung. Wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Jetzt versuch ich ganz kurz mal, ob ich das Bild hier größer kriege. Scheint aber auch nicht zu gehen. Also vom Bild her scheint es hier keine Option zu geben, das Ganze ein bisschen größer hinzukriegen. So. Versuchen wir uns mal hier mal manuell das Ganze hinzukriegen. So, TCPIP haben wir drin. Dann starten wir mal wieder neu. Zum 120. Mal war gefühlt. Man sieht ja hier, wie schnell der damals gestartet hat. Jetzt holt er sich hier gerade noch einige Dateien. Weil wir ja gerade hier das Netzwerk entsprechend konfiguriert haben. Ich fand, in diesem letzten AOBS-Update sieht irgendwie die Grafik so ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, ich muss mir das nochmal anschauen. Und was wir das Video heute nochmal machen. Gucken, ob wir jetzt ins Internet können. Ne, können wir immer noch nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich für einen Modem habe. Wahrscheinlich gar keins. Ich nehme jetzt erstmal irgendwas. Ne, hat er auch keins. Okay, jetzt scheint das Internet hier leider nicht zu funktionieren. Schade. Sonst haben wir hier wieder unseren Arbeitsplatz. Wir haben hier unsere CFES-Platte. Command, Auto-Exec haben wir sogar noch. Kommt im Grunde nur das hier. Die gibt es ja heutzutage, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es die Auto-Exec immer noch gibt. Früher gab es früher, war das ja mal das, was ausgeführt wird, wenn der Rechner gestartet wird. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Command ist die ganz normale Kommando-Zeile. Ist jetzt hier ganz normal hinterlegt. Command.com heißt es jetzt hier. Haben wir noch irgendwelche Logs drin. Den Windows-Ordner natürlich, da sehen wir es eigentlich nichts. Weil das Ganze hier nicht angezeigt wird. Wenn ich jetzt hier raufklicke, dann wird das auch angezeigt. Diese Weldung, die könnte man vielleicht auch heute immer noch einführen. Gibt es damit heute nicht mehr. Win-Versionen gibt es hier unter anderem. Wir haben 81 bis 99 Copyright. 4 KB ist die Datei auch nur groß. Weit kennen wir ja hier WordPad. Heißt hier immer noch Weit. Ich glaube mittlerweile heißt es tatsächlich auch WordPad-Excel. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Readme. IP-Config haben wir ja auch noch. Ja, das kennen wir heutzutage immer noch. Das ist um die IP rauszufinden. Defragmentierungskram. Lass ich jetzt aber auch mal weg hier, weil ich auf der SSD bin. Damals gab es ja auch noch keine SSDs. Von daher, naja. Gucken wir uns mal hier Windows-Update unter anderem mal an. Vielleicht haben wir ja auch hier noch ein entsprechendes Update bekommen. Wir müssen aber erstmal eine Verbindung mit dem Internet herstellen wahrscheinlich. Ja, dann kommt er wieder hier hin. Leider haben wir ja kein Modem hier, was ich nutzen kann. Autostart ist natürlich nichts drin. Online-Dienste, AOL und CompuServe. Keine Ahnung, was das sein soll. Wird aber sowieso nicht funktionieren, weil ich jetzt ja gar nicht online bin. Zubehör, Internetprogramme natürlich logischerweise. Unser Personal Web-Server, Net-Meeting und Assistent für den Internetzugang. Wird wahrscheinlich das hier oben sein. Tja, Kommunikation, DFÜ-Netzwerk, Wählhilfe. Irgendwas fürs Telefon vermutlich. Systemprogramme, Datenträgerbereinigung gab es hier auch schon. Keplerner heutzutage noch, können wir mal starten. Hier kann ich jetzt mein Laufwerk auswählen. Sieht sogar immer noch genauso aus wie heutzutage, nur dass hier noch ein Button fehlt. Kann ich jetzt auswählen, was ich löschen möchte und dann hier auf OK drücken. Hier gibt es das natürlich nicht zum Löschen, aber wenn es was geben würde, würde das dann eben wegfliegen. Das sieht doch heutzutage immer noch genauso aus tatsächlich. Also hat sich nicht viel daran geändert. Die Fragmentierung haben wir ja gerade eben schon gesehen. Kann ja jetzt hier im Grunde nicht viel machen. Ich beende jetzt hier erstmal. Soll mir jetzt meine Festplatte jetzt hier nicht kaputt machen dadurch. Was gibt es hier noch schönes? Geplante Vorgänge sind wahrscheinlich hier die Aufgaben. Ja genau, unsere Aufgabenplanung, was ich heutzutage kenne. Gibt es ja heutzutage immer noch, sieht doch heutzutage ein bisschen anders aus. Zubehör, Systemprogramme. Da haben wir hier die Laufwerkskonvertierung auf FAT32. Damit können wir wahrscheinlich jetzt hier, ja genau, wird auf FAT32 konvertiert. Heißt heutzutage einfach nur formatieren. Ich weiß nicht, ob man hierbei auch die Daten damals verloren hat. Vermutlich schon. Scandisk ist im Grunde das, was man am Anfang sieht. Damit kann man ja einfach die Festplatte mal scannen. Wird es wahrscheinlich nichts rausgekommen. Kann hier Standard und Intensiv machen. Sieht man hier entsprechend, was er hier gescannt hat. Schließen und Fehler automatisch korrigieren. Hab man heutzutage immer noch, ist nur heutzutage deutlich einfacher als jetzt hier noch. Dann haben wir hier nochmal Systeminformationen. Das kennen wir heutzutage immer noch. Sieht doch heute auch wieder alles ein bisschen anders aus. Man sieht im Grunde, was der Rechner kann. Was es für eine Version ist. Hier OEM. Wie lange wir den Rechner schon benutzen. Was für ein Modus. Hier ist der Computername, den wir vorhin ausgewählt haben. Der RAM. Systemressourcen und so weiter und so fort. Laufwerk C. FAT32 hat er hier sogar noch gehabt. Konflikte und Freigabe und so weiter. Das kann man sich ja alles anschauen. Auch hier mit dem Arbeitsspeicher. Was wir hier so für Arbeitsspeicher haben. Gibt es heutzutage, wie gesagt, immer noch. Aber ist heutzutage natürlich ein bisschen einfacher geworden als damals. Wartungsassistent. Standardmäßige Wartungseinstellung. Nachts, tagsüber oder abends. Okay, tagsüber ist einfach mal von 12 bis 15 Uhr. Okay. Man kann ja anscheinend aber keine Zeiten selber auswählen. Dann kann er jetzt hier zum Beispiel hier beschleunigen. Festplatte überprüfen und Daten löschen. Das kann er dann eben jeden Tag machen. Das kann man heutzutage immer noch machen. Ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr versteckt als jetzt hier mittlerweile. Hier war es ja früher hier. Willkommen bei Windows und wahrscheinlich dieses Fenster sein von Anfang an. Genau. Können wir uns hier nochmal diesen Dings hier anschauen. Jetzt hat er sogar wieder diesen Haken reingemacht. Also eine kleine, ja, Spielerei halt. Unterhaltungsmedien, Audio-Rekorder, können wir Sound aufnehmen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er jetzt hier den Rekorder nicht findet. Bzw. Mikro nicht findet. War tatsächlich damals auch noch eine relativ coole Funktion teilweise. Mit dem Echo auch. Habe ich damals auf dem Arbeitsrechner mal gemacht. Da kamen schon ziemlich interessante Dinge bei raus. Also da konnte man echt viel mit rumspielen. Ich weiß nicht, ob der das heutzutage immer noch kann. CD-Wiedergabe, ganz klar. Wir können CDs uns anhören. Die im Laufwerk drin liegen. Hat er jetzt natürlich keine. Kann man natürlich heutzutage alles in den Media Player machen. Interaktive Demo-CD. Weiß jetzt auch nicht genau, was es ist. Gucken wir mal. Müssen wir natürlich erstmal wieder zustimmen hier. Kopiere hier wieder irgendwelche Dateien. So. Jetzt zeigt er uns hier wahrscheinlich irgendein Video. Ton habe ich jetzt leider auch keinen. Was soll man das Video denn jetzt zeigen? Produktivität. Okay. Okay. Ist irgendwelcher Scheiß für sonst wen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Ja, braucht keiner sehen, die den Scheiß. Irgendwelche Werbung vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Jetzt leckt das doch komisch, was hier so ein bisschen. Hängt gerade komplett. So, gucken wir mal, was wir hier noch alles so haben. In unserem Zubehör. Unterhaltungsprogramme. Lautstärke-Regelung. Da kommt irgendwie jetzt nicht wirklich viel bei rum. Okay. Und Windows Media Player natürlich. Den kennen wir alle. Es sah damals noch so aus. Ein bisschen anders als heutzutage. Heutzutage benutzt man die da eigentlich auch kaum noch bei Windows 10. Gibt es ja mittlerweile neuen. Und damals Adressbuch gab es damals auch noch. Kommt man hier so Adressen reinschreiben. Gibt es auch mittlerweile noch. Nur ein bisschen anders mittlerweile gemacht. Können wir weitermachen. Hier Zubehör. Editor, ganz klar. Der Klassiker unter allem. Ja, sieht im Grunde genauso aus wie früher auch. Imaging. Keine Ahnung, was das jetzt hier genau ist. TTF-Dokument, Bitmap. Ich mach mal hier so ein Bitmap-Bild. Scheint so eine Art Paint für Arme zu sein. Tatsächlich. Ja, ist auch ein Paint für Arme. Keine Ahnung, was es jetzt genau bringen soll. Aber, naja. Nettes Programm. Hier aber noch das richtige Paint. Hier aber auch noch Farben. Natürlich auch funktionieren. Hat sich glaube ich aber auch nicht wirklich verändert. Im Vergleich zu 95 und NT4. Den Taschenrechner, den kennen wir natürlich auch noch. Sieht auch immer noch ein bisschen anders aus als heutzutage. 89 minus 3 ist gleich. Ja, 86 wäre jetzt gedacht. 4. Wo ist hier die Wurzel? Da. Minus 2 ist gleich. Ja, hier ist der Bug drin. Geil. Das ist so ein Rechner Bug. Ich weiß gar nicht, ob der bei 95 auch schon drin war, ob wir den da auch schon getestet haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her. Wenn wir 4 Wurzeln machen, dann haben wir ja 2. Und wenn ich jetzt hier minus 2 mache, müsste ja eigentlich 0 rauskommen. Es kommt aber 2,98 mal 10 auf minus 38 raus. Wenn ich jetzt aber 4 Wurzeln und dann minus 1 mache, dann kommt auch 1 raus. Und wenn ich jetzt nochmal minus 1 mache, dann kommt auch wieder hier das komische raus. Also irgendwie hat dein Problem wieder 0. Der kommt nicht ganz auf die 0, sagen wir es mal so. Jetzt kann ich hier eigentlich nochmal auf den wissenschaftlichen Rechner wechseln. Das gleiche nochmal spielen. Wo ist meine Wurzel jetzt hin? Squat, Squat, Wurzel. Hä, bin ich blind? Wo ist denn die Kackwurzel jetzt? Pi gibt es ja auch noch. Hä, wo ist denn die Kackwurzel? Ich finde die Wurzel nicht. SQ. Ich finde die nicht mehr. Wo ist die? N durch X? Nee, das ist es auch nicht. Okay, ich finde die Wurzel nicht mehr. Gibt es anscheinend keine. Oder ich bin einfach blind. Ja, ich finde die nicht. Auf jeden Fall, wenn man das im wissenschaftlichen Modus machen würde, und man die Wurzel jetzt findet, so wie ich die jetzt einfach gar nicht findet, dann würde eine andere Zahl bei herauskommen, die aber auch falsch ist. Aber hier scheint der Wack schon drin gewesen zu sein. Der war natürlich auch bis Windows 8, glaube ich, drin. Erst später wurde er rausgenommen. Also im WordPad haben wir ja gerade eben schon gesehen. War ja das, was hier unter Write gespeichert war. Naja gut, der Vorgänger von Word sozusagen. Wo ist meine Maus jetzt hin? Hallo, Maus? Da ist meine Maus. So, Programm haben wir damit erstmal hier den Zubehör durch. Internet Explorer hatten wir ja gerade Eingabeaufforderungen, ist ja auch klar. Windows 98, Version 4, 10, 2, 2, 2, 2, 2. Das ist, glaube ich, die originale Windows-Version. Wie man das heißt, Windows 4 wird man das dann natürlich nennen. Dann haben wir Outlook Express, der Vorgänger von Microsoft Outlook. Probable auch wieder hier, MSN, Internet Access, haben wir natürlich wieder keinen. Windows Explorer ist natürlich auch klar. Unser ganz normaler Dateiexplorer. Papierkorb, Online-Dienste, die jetzt hier natürlich nicht funktionieren. Internet Explorer. Ja, und hier haben wir sogar tatsächlich noch eine Internetseite. Aber wir kommen trotzdem nicht rauf. Weil er immer denkt, wir haben kein Modem angeschlossen. Kann ich mir irgendwas auswählen hier? IBM? Ne, will er nicht. Ich kann leider nicht sagen, er soll einfach irgendwas nehmen. Er soll das Modem einfach ignorieren. Na gut, dann lassen wir es sein. Also mit 98 kommen wir leider nicht ins Netz. Outlook Express haben wir ja gerade gehabt. Sozusagen der Vorgänger vom Outlook, wie es jetzt ist. Was haben wir hier unten noch? Desktop Anzeigen, auch so. Internet Explorer ist auch klar. Outlook Express, dann können wir das Ganze auch noch größer und kleiner ziehen. Wir haben hier unten noch unsere Statusleiste. Taskplaner ist bereit. Okay, hier haben wir noch die VMware Tour. Sie haben sich anscheinend doch installiert. Die Eigenschaften haben wir hier natürlich auch schon. Dass die Taskleiste zum Beispiel immer im Vordergrund ist. Wenn ich das jetzt rausnehme, kann ich das Fenster hier zum Beispiel. nicht drüber schieben. Okay. Ich dachte, es ist eigentlich gesagt, dass es funktioniert. Oder ich gris daran, dass es dieses Fenster ist, nicht mal ein anderes. Ja. Jetzt kann ich das Fenster hier rüber schieben über die Taskleiste. Und jetzt geht das eben nicht mehr automatisch. Im Hintergrund kann ich auch machen. Dann verschwindet die halt. Nur weil ich jetzt nicht, wie ich die wiederkriege, wenn ich das jetzt hier zumache. Kleine Symbole anzeigen im Menü Start. Dann wird es wahrscheinlich, achso, dann wird das Fenster hier oben ein bisschen kleiner. Ist das so aus. Und wenn ich es so mache, dann habe ich eben noch hier diese kleine Leiste daneben. Uhranzeigen kann ich auch wegmachen. Dann ist die weg. Programme im Menü Start kann ich hier zum Beispiel verändern. Das scheinen wahrscheinlich diese hier zu sein. Genau, Befehlszeile kann ich jetzt hier eingeben, erweitert. Kann ich hier auch jetzt Update noch reinmachen. Dokumente, wahrscheinlich eher das hier. Vielleicht ist das Update jetzt hier drin. Ich kann die Dokumente löschen. Warum ich das System in die Taskleiste einstellen kann, weiß ich jetzt zwar auch nicht. Aber naja. Eigene Dateien, schreibt wahrscheinlich nichts drin zu sein. Ja, wer jetzt gedacht hat, der Vorgänger von den Bibliotheken, wie wir sie heutzutage kennen. Die kaum an der benutzt. Drucker haben wir hier. Systemsteuerung können wir nochmal durchgehen. Akustik. Anzeige natürlich. Vielleicht kann ich ja hier mein Bild ein bisschen schicker stellen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo hier meine Einstellung. Hier. Ja, hier kann ich höher gehen. Wollen wir 1.280 mal. Ne, das geht wahrscheinlich nicht. Ne, geht nicht. Ja, jetzt kann ich mir das Bild hier größer machen. Ich habe ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm. Aber streng genommen ändert das jetzt hier auch nichts. Das sieht man, das ist ja alles im Video nur ein bisschen kleiner. Ich habe jetzt hier mehr Platz für das Arbeiten. Aber Arbeiten kann ich damit trotzdem noch nicht wirklich. Das hatten wir gerade eben jetzt hier schon. Hintergrund können wir natürlich auch nochmal verändern. Okay, wir können hier so ein Zeichen in die Mitte machen, was immer das bringen soll. Jetzt können wir hier noch die Hintergrund auf blau verändern. Wir können hier Wellen machen, obwohl der hier gefällt mir am besten. Bildschirm schoner, kennen wir auch noch. Können wir uns nochmal anschauen. Okay, das sind hier so eine Spielereien. Hat man damals ja noch ein bisschen aktiver genutzt als heutzutage. 3D-Labyrinth, so ein kleines Spielchen, wie man es nennen kann. Eine kleine, nette Animation. Kann man leider auch nicht selber spielen. Schade eigentlich. Ich finde es nämlich ganz cool, obwohl da gerade ein bisschen was von der Wand fehlt. Das sah ganz so komisch aus. Die Bildschirmstunde finde ich eigentlich ganz nett, auch wenn er ein bisschen sinnlos ist. Aber es ist halt eine kleine Spielerei. 3D-Objekte können wir zum Beispiel hier sehen. Na gut, das ist das Windows 98-Logo, was hier durch die Dings fliegt. 3D-Rohre, da baut sich jetzt hier so eine Konstruktion aus irgendwelchen Rohren auf. Ist auch eine nette Spielerei. Wird wahrscheinlich ein bisschen zufällig sein. Oder auch, ist das zufällig? Ja, scheint zufällig zu sein, auch von den Farben her. 3D-Text. Ja, was wird da wohl kommen? Open GL einfach nur. Wahrscheinlich kann man den Text auch noch irgendwie verändern. Hier, den Text kann ich auch verändern. Gut. Channel-Bildschirmschoner. Was ist das jetzt für eine komische Animation? Auch wieder irgendeinen Blödsinn. Ich kann hier nicht mal rausgehen. Jetzt. Und Flying Windows natürlich, der Klassiker. Früher waren es noch Sterne, jetzt sind es Windows-Logos. Ist auch ein typischer Klassiker. Habe ich damals auch auf meinem Rechner, fand ich das ziemlich nice damals. Ich hatte ja damals auch noch einen XP. Da gab es ja noch die Sterne. Jetzt haben wir hier die Windows-Logos, die umher fliegen. Kennwortschutz. Keine Ahnung, was man damit soll. Ich nehme es aber wieder raus, weil das brauchen wir jetzt hier nicht. Darstellung, Schema können wir hier auch noch verändern. Das ist eben das, was man heutzutage hier kennt. Und dann nehmen wir schon das Styles. Effekte können wir hier verändern. Das Web. Und so weiter und so fort. Naja. Wir können auch die Task-Leiste hier größer ziehen, wenn wir das brauchen sollten. Aber hier haben wir hier mehr Platz für seine Programme. Oder eben komplett verschwinden lassen da unten. Geht natürlich auch. Favoriten. Kommt man damals hier so ein paar Seiten reinmachen. MSN, was natürlich auch wieder nicht funktioniert. Kommt man eben so ein paar hier Channels, Links und so weiter. Hier haben wir noch ein paar Seiten, die schon vordefiniert sind. Media. Auch wieder alles Webseiten. Dokumente haben wir hier. Unsere Einstellungen, Drucker, Task-Leiste hatten wir gerade Ordneroptionen. Die kennen wir auch noch von heute. Sieht auch noch ähnlich aus. Wir können hier auch die versteckten Dateien anzeigen lassen. Wie wir es von heutzutage auch noch kennen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen den Web-Stil. Klassischer Stil. Und angepassten Stil. Naja, muss man gucken, wie man es haben will. Ist immer so ein bisschen Spielerei. Active Desktop als Webseite Desktop anpassen. Ist glaube ich auch so eine Erweiterung. Suchen. Kommt man damals auch noch. Ist ja mittlerweile hier mit drin. Kommt im Computer, im Internet. Personen. Kann man hier auch suchen. Wahrscheinlich im Adressbuch. Genau. Oder auch hier auf Yahoo Search. Wahrscheinlich gehört die Yahoo damals auch noch zu Microsoft. Auch wenn den Scheiß keiner mehr benutzt. Hilfe. Wird wahrscheinlich hier so eine Art Handbuch sein. Genau. Man kann hier so ein bisschen sich durchklicken. Sich so ein bisschen was durchlesen hier. Wie das Ganze funktioniert. Ausführen kennt man heutzutage noch. Sieht nun mittlerweile ein bisschen anders aus. Vom Logo her. Das Fenster ist immer noch das gleiche. Kann man jetzt hier entsprechend sich ein Programm raussuchen. Oder hier eintippen. CMD zum Beispiel. Was es allerdings hier noch nicht gibt. Weil CMD war damals ja noch woanders gespeichert. Und nicht im Windows-Verzeigen, wie wir es jetzt kennen. Abmelden können wir hier. Oder wir können den Rechner runterfahren. Hier entsprechend. Oder wir können hier auch im NS-DOS-Modus starten. Mal gucken, wie das aussieht. Will ich auch mal ausprobieren. Genau. Dann haben wir jetzt einfach unsere Eingabeaufforderung. Kann ich jetzt hier Win eingeben. Um den Rechner wieder neu zu starten. Ne, kann ich anscheinend nicht. Ich muss wahrscheinlich komplett rausgehen. Ja. Scheint so nicht zu funktionieren. Ich muss jetzt neu starten. Und selbst das geht nicht. Hat es jetzt komplett festgefahren. Naja, egal. Auf jeden Fall. Windows 98 war auch ein relativ gutes Betriebssystem. Jetzt ist er hier gerade komplett abgeschmiert. Aber, naja. Windows 95 hat ein paar Neuerungen gehabt. 32-Bit unter anderem. Gab es zwar unter Windows auch schon. Aber Windows 95 hat jetzt eine volle 32-Bit-Unterstützung gehabt. Und nicht mehr nur eine 16-Bit. Ich glaube sogar einzelne Programme kamen zwar noch in 16-Bit-Modus. Aber größtenteils war jetzt der Fokus auf 32-Bit und nicht mehr auf 16-Bit. Was natürlich auch ein relativ guter Fortschritt war. Am 5. Mai 1999 kam das Ganze in Deutschland nachher als SE raus. Als Second Edition. Bzw. am 10. Juni in Deutschland. Und am 5. Mai kam es in Amerika raus. Die Second Edition. Wo es ein paar Verbesserungen gab. Die nutzen wir glaube ich hier auch gerade schon. Die Second Edition. Muss ich gerade mal selber nachgucken wie die heißt. Genau. Second Edition. Die haben wir jetzt hier auch schon. Voraussetzungen waren einen 486, 16 MB Arbeitsspeicher. Und 195 MB freien Festplattenspeicher. Unter anderem natürlich auch ein DVD-Laufwerk für die Installation. Und eine VGA-kompatible Grafikkarte. So wie eine Maus. Oder irgendwas anderes. Wollen wir es eben zeigen. Der kommt hier nicht mehr aus dem Knick anscheinend. Deswegen würde ich sagen beenden wir an der Stelle hier das Video. Ich hoffe mal es hat euch gefallen und geholfen. Mal so ein bisschen einen Rückblick zu kriegen. Im nächsten Video machen wir dann auch direkt weiter. Und zwar mit Windows 2000. Was ja dann 2000 logischerweise kam. Das kommt im nächsten Video. Ich hoffe mal. Ihr hattet Spaß. Falls ihr noch Fragen habt, solltet ab in die Kommentare. Bis bald und ciao.